Es war ein schlampiger Tag. Dies ist eine einfache Geschichte. Ich fand ihn drüben im Gartenhaus. Mein Bett, das Schreibpult und die von mir so geliebte Chais-Long, die hübsche, blassblaue Perserbrücke, alles war voller Blut. Ich vermute, Sie kennen die Details, die Zeitungen waren damals voll davon. Dieser grauenhafte Tod, aber schon in den Wochen davor der Skandal, als die ganzen Umtriebe ans Licht kamen, vor allem jedoch die vormalige Präsenz der Hobbes im Zürcher Stadtleben, die Martinien, der illustre Bekanntenkreis und die legendären Dini, ja überhaupt die Tatsache, dass ein solches Drama sich in den besten Kreisen der Gesellschaft zutrug, machte das Ganze natürlich umso brisanter. Es gab ein Wort, das häufig fiel in dieser Zeit. Und damit meine ich die Wochen vor dem grausigen Ende, dem letztlichen Showdown, der alles Geraune verstummen ließ, als das Entsetzen sich über die Freuden des banalen Klatsches legte. Ich meine die Tage, in denen immer weitere Details an die Öffentlichkeit kamen und das Bild der Familie sich in der allgemeinen Wahrnehmung derart drastisch veränderte, als hätte ein erstaunlicher Schachzug die gesamte Spieldynamik verschoben, ja umgedreht. Und dabei ging es eigentlich gar nicht um die Hobbes an sich, es ging ums Prinzip. Sie waren einfach zufällig unter den ersten, die es erwischte. Ein Wort? Ich las es in diversen Postillen, fachsimpelnde Diskussionspartner benickten es zur besten Sendezeit an runden Tischen, die aufgeregten Nachbarn teilten es in der Quartiersbäckerei beim morgendlichen Croissant-Kauf, neben den Körben voller Knospenbrot und Baguette und zwischen den gut gefüllten Regalen bei Feinkost-Panuki und verstummten geflissentlich, wenn ich die Geschäftsräume betrat. Es war das, was man am allerliebsten nur getuschelt von sich gab, geheimnisvoll und genießerisch zugleich und ganz so, als hätte man es immer schon geahnt. Je höher der Aufstieg, desto tiefer der Fall. Es ist eine simple Weisheit, eine nachträgliche Besserwisserei und im Grunde völliger Unsinn. Denn was soll das heißen? Ich meine, wo wären wir, fänden sich nicht immer wieder Einzelne unserer Art bereit, luftige Höhen zu erklimmen und die Risiken auf sich zu nehmen, grandios daran zu scheitern, zu stürzen und sich womöglich erheblich zu verletzen. Und doch war natürlich etwas Wahres dran, zumal die Hobbs sich nun nicht gerade brüsten konnten, Opfer für die Menschheit gebracht zu haben. Es war ein Aufstieg aus rein selbstsüchtigen Motiven. Es war eine nahezu perfekte Optimierung der eigenen Behaglichkeit. Es war ein hoher Aufstieg. Oder vielleicht, jetzt wo ich dies niederschreibe, kommt mir ganz plötzlich das Bild wieder vor Augen, wie ich sie das Nachts einmal antraf. Vielleicht beschreibt es etwas anderes ungleich genauer. Antraf ist übrigens zu viel gesagt. Ich traf sie, aber sie trafen mich nicht. Ich meine, damit sie sahen mich nicht, nahmen gar nicht wahr, wie ich sie von der Diele aus durch den Türspalt beobachtete, in dem halbdunklen Wohnzimmer, nur erleuchtet vom gut gefütterten und gemächlich kauenden Feuer im Kamin. Sie wehnten mich sicherlich schon längst drüben im Pavillon. Sie wehnten mich ebenso tief schlafen wie die Kinder oben in ihren Betten. Sie wehnten sich allein.